Hallo, grüß dich, ich bin die Patricia und ich bin der Dominik. Wir sind heute gemeinsam am Urheilfest in St. Martin. Natürlich mit unserem Dr. Joe und ich wünsche euch nur viel Spaß. Dass uns ein Landeshauptmann besucht, ist natürlich für unser Fest eine besondere Aufwertung. Mir gefällt es Ihnen da am Urheilfest in St. Martin? Mir gefällt es ausgezeichnet. Ich war schon oft in St. Martin, aber ich habe nie gewusst, dass Sie einen Urwald haben. Und was sagt ihr, dass der Landeshauptmanns da ist? Wohl gut! Das heißt, der Landeshauptmanns, dass wir damit möchte ich rechnen, dass der da auch kommt.